Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hey, häng doch später mit uns ab. Soll ich euch ins Bett bringen? Nein, wir quatschen einfach weiter. Wie oft passiert das, dass ihr auf dieselbe steht? Nicht so oft, wie du denkst. Wir stehen sonst auf unterschiedliche Typen. Heißt das, ich soll mich geschmeichelt fühlen? Bist du nicht jedermanns Typ? Komm her. Wen ohne uns hast du jetzt? Er liebt dich nicht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden will, der mich liebt? Es ist schön zu sehen, dass du so für etwas brennst. Selbst wenn es meine Freundin ist. Art hat seinen Coach Tashi Donaldson, die zugleich auch seine Frau ist. Ich spiele für uns beide, Tashi. Ich glaube, dich stört die Tatsache, dass sie auf jemanden wie mich gestanden haben könnte. Als wir Teenager waren. Als wir Teenager waren. Hey, ich liebe dich. Ich weiß. Du weißt nicht, was Tennis ist. Es ist eine Beziehung. Wir hatten etwas wirklich Schönes zusammen. Let's go! Ich kümmere mich so gut um meine kleinen weißen Jungs. Das hast du geplant, oder? Nicht diesen Teil. Das ist eine Beziehung.